Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Kickoff zu einem neuen Video und heute gibt es meine neun Tipps des nächsten Bundesligaspieltags. Alle Gegentiele, der fünfte Spieltag steht an und das mit folgenden neun Partien. Wir haben wieder Bundesliga im Programm. Wir haben ähnlich wie letztes Wochenende drei Sonntagsspiele, sprich am Freitagabend. Gehen wir erstmal kurz chronologisch durch. Empfängt die Hertha aus Berlin, den Aufsteiger Greuther führt Samstag Nachmittag. Dann eine Viererkonferenz aus Bayern gegen Bochum, Bielefeld gegen Hoffenheim, Augsburg gegen Gladbach sowie Mainz gegen Freiburg. Das Topspiel der Woche, wie es Samstagabends immer heißt, lautet dieses Mal Köln gegen Leipzig. Am Sonntagnachmittag haben wir noch Stuttgart gegen Leverkusen, Dortmund gegen Union sowie am Sonntagspätabend Wolfsburg gegen Frankfurt in einer relativ ungewohnten Anstoßzeit um 19.30 Uhr. Jetzt gibt es meine neun Tipps. Wenn es dir gefällt, da ist gerne ein Abo da, gebt gerne ein Like auf das Video, würde ich mich darüber freuen. Und jetzt geht es los mit meinen neun Tipps des nächsten Bundesligaspieltags. Und wir beginnen logischerweise chronologisch am Freitagabend. Das bedeutet, wir legen los und meinen Tipp zu Hertha gegen Greuther führt. Es ist das Duell des 16. gegen des 18. Klar, wir haben es empfiehlt, einen Spieltag trotzdem interessant auf die Tabelle zu gucken, denn die sagt folgendes aus. Hertha gerade mal ein Spiel gewonnen. Das war aber letzte Woche gegen andere Aufsteiger in Bochum. Das war verdient, das war ein guter Auftritt. Daran will man anknüpfen. Greuther führt vier Spiele, einen Punkt geholt. Den gab es gegen Amina Bielefeld. Das ist allesamt ein bisschen wenig. Irgendwie fehlt auch noch eine gewisse Eingespieltheit. Letzte Woche gab es ja auch gleich vier neue Spiele, die gerade mal ein, zwei Wochen im Verein waren. Deswegen glaube ich, wird Fürth auch weiter noch ein bisschen brauchen, bis sie den ersten Sieg in der Saison holen. Hertha BSC beginnt jetzt vielleicht mit einem kleinen Lauf. Sie schlagen Fürth am Freitagabend im Berlin-Olympiastadion mit 2 zu 0. Wir blicken auf den nächsten Aufsteiger und das ist der VfL Bochum. Wie gesagt, letzte Woche gegen Hertha BSC verloren. Trotzdem ein ganz guter Saisonstart. Man hat zwar von vier Spielen drei verloren, konnte aber eben auch gegen Mainz gewinnen. Das waren drei wichtige Punkte. Die hat man auf dem Konto. Nicht mehr, nicht weniger. Aber nun geht es zum deutschen Rekordmeistern nach München in die Allianz Arena. Die Bayern vier Spiele, zehn Punkte. Am ersten Spieltag zwei Punkte in Gladbach liegen lassen oder verdient liegen lassen. Danach alle Spiele gewonnen im Pokal in der Champions League, eben auch in der Liga. Sprich, man ist schon auch früh in der Saison sehr, sehr gut drauf und man wird auch genauso weitermachen. Man gewinnt in München deutlich gegen den VfL Bochum mit 4 zu 1. Gucken wir auf die Alm nach Bielefeld. Die Arminia empfängt die TSG Hoffenheim. Bielefeld vier Spiele, drei Punkte. Hoffenheim vier Spiele, vier Punkte. Sprich, ein Duell zweier Teams, die ordentlich geschadet sind für ihre Ambitionen, wo man noch ein bisschen mehr gehen kann. Die Arminia bisher noch ohne Sieg, hat drei Remis geholt. Hoffenheim hat mal Spiele mit dabei, wo es richtig gut läuft oder halt auch so gar nicht. Sprich, relativ schwierig einzuschätzen, was da passieren wird. Ich gehe hier von einem weiteren Bielefelder unentschieden aus. Am Ende gibt es ein 1 zu 1. Augsburg gegen Gladbach. Und da brennt es schon bei beiden Teams so ein bisschen. Der FCA gerade mal zwei Punkte geholt aus vier Spielen. Vor allem noch die Defensive macht weiterhin Sorgen. Aber auch Gladbach ist nicht gut drauf. Es gab nur vier Punkte aus vier Spielen. Das war vor allem ein Enttäuschung nach diesem eigentlichen guten Saisonauftrag gegen die Bayern. Danach gab es zwei Pleiten gegen Leverkusen und Union, die schon wirklich richtig, richtig schwach waren. Letzte Woche der erlösende Heimsieg gegen Arminia Bielefeld. Auch das war nicht alles Gold, was da geglänzt hat. Aber es war ein Sieg. Der tat gut. Und daran will man anknüpfen. Ich glaube, das wird man auch in einem engen 10-Duell holt man drei Punkte gegen Augsburg und man gewinnt mit 2 zu 1. Das letzte Spiel am Samstag Nachmittag bestreiten Mainz und Freiburg. Und das ist ein Duell zweier Teams, die wirklich richtig gut gestartet sind. Mainz. Vier Spiele, drei Siege, neun Punkte. Freiburg aber auch mit acht Punkten knapp hinter Mainz auf Platz 5. Das ist aktuell das Duell eines Champions-League-Aspiranten gegen einen Europa-League-Aspiranten, zumindest laut Tabellenplatz. Aber trotzdem, auch wenn es erst vier Spieltage geschehen ist oder rum sind, beide Teams sind in guter Verfassung. Daran gibt es überhaupt nichts zu rütteln. Vor allem auch Mainz. Nach dieser Pleite gegen Bochum sind sie wieder aufgestanden. Zwei Siege in Folge. Freiburg macht das generell sehr, sehr souverän. Ich freue mich sehr auf das Duell. Das sind zwei Teams, die man wahrscheinlich gar nicht nach 34 Spieltagen ganz oben sehen würde. Trotzdem ist es aktuell so und deswegen glaube ich auch, dass es ein wirklich gutes Spiel werden wird. Aber eben auch ein ausgeglichenes Duell. Am Ende ein 2 zu 2 Unentschieden. Samstagabend, Top-Spiel der Woche und das im Rhein-Energie-Stadion gegen Champions-Sieg-Teilnehmer RB Leipzig. Und das Spiel wird richtig interessant. Köln gut reingekommen. Sieben Punkte aus vier Spielen ist extrem zufriedenstellend. Auch leistungsmäßig erlebt man wieder einen Fußball-Spielstil, den man in der Domstadt gerne sehen möchte. Und nun geht es gegen RB Leipzig, die ja nicht wirklich gut reingekommen sind. Da gibt es ja nichts zu diskutieren. Nach vier Spielen gerade mal drei Punkte. Man hat den VfB deutlich geschlagen. Ansonsten gab es aber auch drei Niederlagen. Natürlich ging es auch unter anderem gegen die Bayern. Aber trotzdem ist das für RB deutlich zu wenig. In der Champions League gab es ein 6 zu 3 Tor-Festival gegen Manchester City, was aber halt nicht zum Sieg gereicht hat, obwohl man drei Tore gemacht hat, weil einfach die Defensive weiterhin Sorgen bereitet. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir dort ein extrem torreiches Spiel sehen werden. Viele Offensivszenen, viele Offensivaktionen und eben auch viele Tore. Und ich glaube sogar, dass sich irgendwie RB Leipzig ein bisschen aus der Schlinge ziehen kann. Denn sie gewinnen in Köln mit 3 zu 2. Sonntagnachmittag 15.30 Uhr Stuttgart gegen Leverkusen. Der VfB vier Punkte aus vier Spielen. Man steht solide da. Nicht mehr, nicht weniger, aber vollkommen in Ordnung. Leverkusen aktuell auf Platz 6 mit sieben Punkten ganz gut reingekommen. Trotzdem letzte Woche die Pleite gegen den BVB tat schon weh, weil sie so bitter war, weil es ein Spiel war, was in beide Richtungen hätte kippen können. Deswegen glaube ich, wird Leverkusen wieder an den ersten drei Spielern gut anknüpfen können. Sie schlagen Stuttgart und das am Ende knapp mit 2 zu 1. Kommen wir zum, ja, letztwöchigen Gegner Leverkusen, dann zum BVB. Sie haben Besiktas geschlagen, haben jetzt generell auch mal zwei, drei Spiele hintereinander gewinnen können. In der Bundesliga, neun Punkte nach vier Spielen. Ist vollkommen in Ordnung, bis eben auf diese eine Pleite, die es da gab. Deswegen steht man gut da auf Platz 3. Man will die Form bestätigen und das tut man auch. Gegen Union Berlin, die auch wirklich gut reingekommen sind. Sechs Punkte aus, vier Spiele haben sie geholt. Dortmund gewinnt hier mit 3 zu 1. Sonntag haben wir noch das Duell zwischen Wolfsburg und Frankfurt. Und das ist eigentlich ein Spiel, was klare Vorzeichen mitbringt. Der VfL Wolfsburg, vier Spiele, vier Siege, Platz 1. Das sieht schon richtig, richtig gut aus. In der Champions League gab es ein Remis gegen Lille. Die Eintracht aus Frankfurt hat natürlich jetzt erst mal zwei Tage weniger Pause gehabt als der VfL, weil sie ja am Donnerstag Europa League noch spielen. Und natürlich sind sie auch gar nicht mal gut reingekommen. Nach vier Spielen gab es gerade mal drei Punkte, aber eben auch drei Unentschieden. Sprich, wenn man jetzt gewinnt, hätte man dann auch wieder eine gewisse Anzahl an Spielen, die man ja gar nicht mal verloren hat. Also mal so ein bisschen Ansichtssache, in welche Richtung es geht. Ich glaube tatsächlich an eine Überraschung. Frankfurt wird sich befreien können aus diesem Negativ-Slalom mit vielen Gegentoren und man gewinnt tatsächlich in Wolfsburg. Und das auch noch kurios mit einem 1 zu 0, was gar nicht mal so zu den Tordifferenzen bei den Teams passen würde. Also der Tipp mal etwas gewagt, etwas überraschend. Der Rest sicherlich eher realistisch. Ich bin sehr gespannt darauf. Meine Tipps könnt ihr gerne übernehmen. Wenn ihr mal Punkte holen wollt, ändert die ein bisschen ab. Und dann könnt ihr auch nochmal eure gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie die Spiele ausgehen werden, wer am Ende wo stehen wird. Und dann freue ich mich auf den fünften Spieltag der Fußball-Bundessieger. In dem Sinne sage ich, macht's gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.